Ich darf nicht wählen. Ich darf nicht wählen. Ich darf nicht wählen. Liebe Omas, liebe Opas, wir haben während Corona auf viel verzichtet, um euch zu schützen. Aber jetzt brauchen wir euch. Nur ihr könnt den Klima- und Naturschutz jetzt wahlentscheidend machen. Bitte geht daher wählen und denkt dabei auch an uns und unsere Zukunft. Am 26. September ist Bundestagswahl. Deine Stimme für Klima und Natur.